In diesem Video beschreiben wir die Fremddiffusionen und das Fixture-Gesetz. Die Fremddiffusion wird am Beispiel der Vermischung zweier Flüssigkeiten veranschaulicht. Wir sehen hier zwei Wasserbehälter. In einen von ihnen wurde ein Tropfen Tinte hinzugegeben. Hierbei kommt es ohne äußere Einwirkung zu einem Konzentrationsausgleich. Dabei wandern einzelne Atome vom linken zum rechten Wasserbehälter. Die Konzentration beschreibt die Anzahl von Molekülen oder Teilchen pro Raumeinheit. Durch die Eigenbewegung der Teilchen findet ein Ausgleichen der anfangs ungleichen Stoffkonzentrationen statt. Die Voraussetzung für jede Fremddiffusion ist der Konzentrationsgradient. Je steiler der Gradient, desto schneller erfolgt der Konzentrationsausgleich. Der Gradient oder auch die Steigung des Konzentrationsgefälles ist die Konzentrationsänderung pro Strecke. Der Transport der Teilchen oder Atome verläuft entlang des Konzentrationsgefälles von der höheren zur niedrigeren Konzentration. Die Konzentrationsänderung kann mithilfe der Flussdichte beschrieben werden. Die Flussdichte ist der Fluss der Stoffmenge pro Zeit durch eine Fläche und ist proportional zum Konzentrationsgefälle bzw. Gradienten. Daraus resultiert das erste Fick'sche Gesetz. Das Fick'sche Gesetz beschreibt, wie schnell die Diffusion bei gegebenen Gradienten abläuft. Die Flussdichte ist gleich negativer Diffusionskoeffizienten d mal Konzentrationsänderung dc pro Streckenänderung dx. Der negative Diffusionskoeffizient kommt durch den Transport der Teilchen oder Atome von der höheren zur niedrigeren Konzentration zustande. Der Diffusionskoeffizient d ist Stoff-, Temperatur- und Druckabhängig und ein Maß für die Beweglichkeit der Teilchen. Der Diffusionskoeffizient d wird berechnet, dabei muss die Diffusionskonstante d0, die Aktivierungsenergie q, die allgemeine Gaskonstante r sowie die Temperatur t bekannt sein. Die Diffusionskonstante ist dabei eine unveränderliche, werkstoffspezifische Größe. Das erste Fick'sche Gesetz gilt nur bei stationären Diffusionsvorgängen. Stationär bedeutet, dass sich die äußeren Einflüsse auf das System nicht ändern und das Konzentrationsgefälle während der Diffusion gleich bleibt. Kommen wir zurück zu unserer Grafik. Wenn das Konzentrationsgefälle konstant ist, lässt sich die Diffusionsstrecke x leicht durch das Wurzel-T-Gesetz bestimmen. Dieses beschreibt die zurückgelegte Strecke der Diffusionsfront x nach einer bestimmten Zeit t. In der Praxis verändert sich jedoch durch fortschreitende Diffusion das Konzentrationsgefälle. Dieses instationäre Verhalten wird durch das zweite Fick'sche Gesetz beschrieben, worauf wir hier aber nicht weiter eingehen. Näherungsweise lässt sich der quasi-lineare Bereich um den Wendepunkt der Gradientenkurve jedoch mit dem ersten Fick'schen Gesetz berechnen. Damit haben wir im Allgemeinen die Berechnungen der Diffusionsprozesse beschrieben. Abschließend lässt sich festhalten, dass bei stationären Diffusionsvorgängen das erste Fick'sche Gesetz zur Anwendung kommt. Mit diesem lässt sich berechnen, wie schnell die Diffusion bei gegebenen Gradienten abläuft. bald belg b 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 Untertitelung des ZDF, 2020